Hallo ihr Lieben! Heute gibt es wieder ein Food Haul von uns. Euch hat das letzte Mal ganz gut gefallen und deswegen mache ich heute einen neuen. Der ist heute auch etwas realistischer, weil ich so ziemlich ein Wochenendeinkauf gemacht habe. Heute ist Donnerstag und ich glaube ich fahre jetzt nicht mehr zum Bioladen. Wir kaufen nur einen Bioladen ein. Und ich zeige euch mal, was ich jetzt gekauft habe. Als allererstes einen Weißkohl, eine Paprika, eine Zitrone. Das trinken wir zurzeit total gerne. Also Limo, einfach eine Gurke, Zitrone, ein bisschen Salbei oder Pfefferminze. Perfekt lecker. Dann habe ich hier so eine Rostbräterle. Die schmecken super lecker. Die sind vegan natürlich. Und das sind so, ich mag so Ersatzprodukte eigentlich überhaupt nicht, aber die sind wirklich lecker. Da habe ich richtig doll Appetit drauf. Dann habe ich gekauft eine große Tüte mit ganz viel so kleinen Rispentomaten. Dann habe ich einmal Tofu in Curry Mango von Taifun. Eine Süßrahmbiogutter. Wir essen ja Butter. Dann habe ich gekauft einen Brokkoli. Passierte Tomaten. Das ist meine allerliebste von Naturata in Demeter-Qualität. Die schmeckt so, so, so gut. Ich liebe die. Ich muss die immer da haben. Einmal Eilsam. Eine Sojamilch von Sojade. Wir mögen nämlich den Joghurt, den Sojajoghurt in Natural oder in Natural. Am allerliebsten von Sojade. Wir haben aber, glaube ich, noch nie den Sojadrink davon probiert. Mal kosten, wie der schmeckt. Das Coole an Sojamilch ist ja, dass man den aufschäumen kann. Für Matcha-Latte. Ich verlinke euch das mal hier oben. Da habe ich nämlich ein Video gedreht. Kann man das super aufschäumen. In dem Video benutze ich allerdings, ich glaube, Dinkel oder Hafermilch. Da sieht man, dass man die eben nicht so gut aufschäumen kann. So, dann geht es weiter. Was ist hier drin? Na klar. Möhrchen ein paar. Dann habe ich zwei rote Zwiebeln. Die mag ich irgendwie am liebsten. Die kann man nämlich auch ganz gut roh essen. Die sind nicht so scharf wie normale Zwiebeln. Dann ein Zitronensaft. Auch für so Limo und so Zeug. Oder einfach, weil man mal keinen Bock auf Wasser hat. Wir trinken ja meistens Wasser oder halt Tee. Und dann einfach mal so ein Schuss Zitronensaft ins Wasser. Sehr, sehr lecker und erfrischend. Dann zweimal Hafer-Sahne. Dann habe ich zwei Zucchinis mitgenommen. Dann haben wir, wir haben gar keine Nudeln mehr im Haus. Unglaublich. Und zwar habe ich einmal Emma-Spaghetti von Rapunzel. Und nochmal von Rapunzel. Das sind so Rigatoni. Das ist aber, glaube ich, ganz normal Hartweizen. Genau. Aber natürlich ohne Ei. Aber die haben so eine coole Form. Da hatte ich irgendwie voll Bock drauf. So, dann geht es weiter. Dann habe ich einmal von... Moment. So. Habe ich von Baukhof. Die Firma mögen wir auch sehr, sehr gerne. Apfelmus. Kann man immer gebrauchen. Dann habe ich einen großen Sack mit ganz verschiedenen Äpfeln. Grün. Also ich weiß jetzt nicht die... Oh, der riecht so gut. Die genaue Bezeichnung. Und dann hier solche. Und noch ganz, ganz viele verschiedene. Eine große Tüte voll. Und dann habe ich noch eine kleine Tüte voll mit Aprikosen. Die rieche ich nämlich auch unglaublich lecker. So. Und unser Bioladen hat ja auch einen Bäcker drin. Also so Brot, frische oder Kuchen, alles Mögliche. Da habe ich einmal so normale Croissants. Und... Die sind nämlich mega lecker. Dinkel Croissants. Ich glaube, die sind sogar vegan. Ich weiß es aber gar nicht 100% ehrlich gesagt. Und... Und das ist auch mega gut. Ein frisches Weißbrot. Jo, das war's. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.